Moin, Michael hier. Frohes neues Jahr nochmal. Ich habe ein iPhone 15 Pro Max hier. Und ihr sagt euch sicherlich, ja, schön für dich, was interessiert es uns? Richtig. Ich habe aber vorher ein iPhone 15 Pro gehabt und in diesem Video will ich darüber sprechen, warum ich vom 15 Pro zum 15 Pro Max gewechselt bin. Vielleicht interessiert es euch. Also, los geht's. Ich habe direkt zum Start des iPhone 15 Pro mir selbiges bei meinem Provider bestellt. Und ich finde, ich habe einen guten Deal gemacht. Das ist natürlich eine rein individuelle Entscheidung. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich habe für das iPhone 15 Pro mit 512 GB und in der wunderschönen Farbe Titan 1000 Euro bezahlt. Ganz genau waren es 1069 Euro. Und ich fand, das war ein guter Deal für mich. Und dann habe ich das halt gemacht und habe es tatsächlich auch am Releasetag, nämlich dem 22. September 2023, bekommen. Und ich habe ja damals auch einen Livestream dazu gemacht. Den habe ich euch mal oben verlinkt. Da habe ich alle drei Geräte, also die Geräte der letzten drei Jahre, also das 15 Pro, das 14 Pro und das 13 Pro auf dem Tisch gehabt. Das ist auch mal selten, dass man die Chance hat, alle drei Geräte miteinander zu vergleichen. Und wir wissen ja alle, Apple hat im iPhone 15 Pro Max eine andere Kamera verbaut. Und jetzt denkt ihr euch sicherlich, alles klar, Michi hat sich das iPhone 15 Pro Max deshalb geholt, wegen der besseren Kamera. Ende vom Video, danke, lasst noch ein Abo da, tschüss. Genauso könnte man es sagen, das war der Hauptgrund tatsächlich. Aber am Ende geht es ja auch um Geld. Ich meine, man kann ja jetzt nicht einfach sagen, egal, ich habe mir jetzt ein 15 Pro gekauft und jetzt kaufe ich mir noch ein 15 Pro Max. So geht es ja natürlich auch nicht. Wir sind natürlich ein super reicher YouTube-Kanal, das war jetzt Ironie, aber das können wir uns halt auch nicht leisten. Deshalb ist es so gekommen, durch einen reinen Zufall. Joey, also mein Co-Moderator, Johannes Bernsen, hat gesagt, er braucht ein neues iPhone. Er hatte bis dahin das iPhone 12 Mini und er brauchte ein neues iPhone und hatte sich überlegt, jetzt mal auch wegen der Kameras, weil er auch eigene YouTube-Videos macht, ein besseres iPhone zu nehmen als das Mini. Also eins mit einem besseren Kamerasystem. Und da bietet sich natürlich das iPhone 15 Pro an. Insbesondere dann auch noch mit dem großen Speicher mit 512 Gigabyte, denn dann kannst du Aufnahmen in ProRes und so weiter da auch abspeichern. Und seit es die neue Kamera-App von Blackmagic Design gibt, mit der Apple übrigens auch sein Scary-Event gefilmt hat, nur mal so am Rande erwähnt, ist Joey Feuer und Flamme für das neue iPhone gewesen. Ja, und dann bot es sich an zu sagen, okay, komm, gib mir das Geld, was ich dafür bezahlt habe und ich nutze für die Zeit das Test-iPhone, das wir freundlicherweise von Apple haben. Und das hat auch gute Gründe, denn auf diese Weise kann ich einen wunderschönen Langzeittest machen mit dem iPhone 15 Pro Max und dann am Ende oder auch mal mit so Zwischenschritten, vielleicht nach einem halben Jahr, mal so ein Fazit ziehen. Und ja, die 120-Millimeter-Optik im iPhone 15 Pro Max war für mich auch ein entscheidender Faktor. Hätte ich vorher gewusst, wie viel Spaß ich mit dieser Optik habe, hätte ich gleich von vornherein mir auch privat so eins bestellt. Nun war ich in der privilegierten Lage, das iPhone 15 Pro Max als Testgerät zu haben und jetzt ziehen wir das halt einfach mal ein Jahr durch, testen das damit und schauen, wie ich wirklich damit zufrieden bin. Wäre die Kamera, also das 120-Millimeter-Objektiv, auch im kleinen iPhone, also im iPhone 15 Pro, dann wäre ich dabei geblieben. Das ist für mich seit Jahren die optimale Größe. Ich hatte nie ein Pro Max bzw. ein Plus-Gerät, also das sind immer die großen Geräte gewesen. Ich habe immer das Normale in Anführungsstrichen gehabt. Nun ist es so, jetzt habe ich das Große und ich habe noch einen Vorteil festgestellt. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit mir persönlich zu tun. Das Display ist halt größer. Die Tasten, also auf dem virtuellen Keyboard, sind deutlich besser für mich zu erreichen. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe zwar einigermaßen große Hände als großer Mensch, dennoch muss ich ganz oft umgreifen, wenn ich Bedienelemente am oberen Rand und am unteren Rand brauche. Zum Beispiel, wenn man ein Foto bearbeitet, dann hat man ja oben Elemente zur Auswahl der Größe des Fotos und zum Abspeichern und unten hat man Elemente zur Farbkorrektur und so weiter. Und das schaffe ich tatsächlich nicht mit einer Hand bzw. ich muss dann umgreifen und was viele dann immer sagen, die Gefahr besteht, dass das Handy aus der Hand fällt. Das sehe ich zwar nicht, das ist aber natürlich auch einfach eine Muskelgedächtnisfrage. Aber ja, und das ist natürlich auch ein Luxusproblem. Das weiß ich natürlich auch, aber es ist schon ein verdammt großes Gerät. Und dennoch, wenn ihr jetzt in Erwägung zieht, ein großes, also ein iPhone Plus oder ein iPhone Pro Max zu kaufen, man gewöhnt sich so schnell an diese Größe. Das ist unfassbar, denn es ist ja sonst alles gleich. Es ist ja nur das Display größer und man hat halt dieses 120 Millimeter Objektiv. Ansonsten sind die Dinger ja gleich. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ich habe mich da so schnell daran gewöhnt, dass mir das gar nicht mehr auffällt, dass ich ein deutlich größeres iPhone habe. Nur im direkten Vergleich, wenn ich es dann neben Joes Gerät lege oder neben mein Dienst-iPhone, was noch ein iPhone 14 Pro ist, dann merkt man natürlich, was das für ein Klopper ist. Aber so im Alltagsgebrauch fällt es überhaupt nicht auf. Und das sind eigentlich die Hauptgründe. Also das Objektiv, die für meine Verhältnisse und auch mein biblisches Alter besser erreichbaren Tasten. Also ich tippe jetzt nicht immer daneben. Das ist immer sehr lustig. Bei mir muss die Autokorrektur sonst immer sehr stark arbeiten, weil irgendwie treffe ich immer die Taste daneben. Und der Nachteil aus meiner Sicht, dass man umgreifen muss. Ansonsten sehe ich keine Nachteile beim iPhone 15 Pro Max gegenüber dem iPhone 15 Pro. Also von daher war die Entscheidung aus meiner Sicht richtig. Joey wiederum freut sich sehr über sein iPhone 15 Pro und so haben wir eine Win-Win-Situation. Die Frage ist natürlich, okay, das ist jetzt eine speziell individuelle Situation bei mir, wie das bei anderen ist. Diesen Luxus kann sich sicher nicht jeder leisten. Da wäre vielleicht eher die Frage, kaufe ich mir, also wenn man vor der Kaufentscheidung steht, kaufe ich mir ein iPhone 15 Pro oder ein iPhone 15 Pro Max. Und da kann ich nur sagen, das würde ich tatsächlich hauptsächlich an der Kamera festmachen. Wenn ihr damit entsprechende Fotos oder Videos machen wollt. Ich habe zum Beispiel es damit jetzt geschafft, endlich mal mit einem iPhone den Mond zu fotografieren. Ich meine, das mag jetzt vielleicht albern klingen, aber Mondfotos sind sehr beliebt. Und wir hatten jetzt gerade hier in Bremen Vollmond oder fast Vollmond. Und ich habe das dann geschafft, damit zu fotografieren, wobei man fairerweise sagen muss, am Ende des Tages war das ein Video, aus dem ich dann Fotos gemacht habe. Und so ging das dann. Und durch die 120 mm Optik habe ich den Mond einfach näher ranholen können. Auch wenn er nicht detailscharf ist, natürlich nicht, denn es ist ja auch kein Fernrohr. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber wenn ihr auf sowas steht, also wenn ihr, wie wir es ja auch schon mal in einem Video besprochen haben, das ich euch oben verlinkt habe, wenn ihr Objekte nah ranholen wollt, wenn ihr nicht Leuten so dicht auf die Pelle rücken wollt und generell, wenn ihr sowas in der Fotografie haben wollt, dann ist das 15 Pro Max durchaus geeignet für euch. Wenn es einfach nur ein iPhone sein soll, würde ich auch immer bei der Entscheidung bleiben, einen 15 Pro zu nehmen oder überhaupt einen Pro ohne Max zu nehmen. Es ist ja immer noch die Frage, das habe ich im Video letzte Woche ja so ein bisschen aufgeworfen, ob Apple es schafft, vielleicht diese, ich nenne es mal Prisma Optik, obwohl es ein bisschen anders funktioniert, aber ich nenne es mal so, ob sie das schaffen, in das nicht Pro Max iPhone einzubauen. Also ob es demnächst ein iPhone 16 Pro gibt, bei dem man auch eine 120 Millimeter Optik hat. Das wäre nochmal spannend. Da wäre nur die Frage, was ist dann noch das Kaufargument für das Pro Modell. Aber das ist eine andere Geschichte. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, wie eure Kaufentscheidung ausfallen würde, wenn ihr überhaupt vor so einer stehen würdet. Würdet ihr das Pro Max nehmen, wenn ja, warum? Oder würdet ihr nur das Pro nehmen und da auch, wenn ja, warum? Und dann danke ich euch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschö! Tschö!